Liebe Outlaws, verehrte Gegner des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland, ich begrüße Sie im radikalen Separatisten-Digitalkanal des ZDFs, der verfassungswidrigsten Rundfunkanstalt der Welt. In der nun folgenden, vom Bundesverfassungsgericht für illegal erklärten Ausgabe des Neo-Magazins mit Jan Böhmermann werden wir einen der ganz Großen des deutschen Fernsehens verladen, auf die Hörner nehmen, verjuchsen, durch den Kakao ziehen, verarschen. Lassen Sie sich überraschen, liebe Verfassungsfeinde, bleiben Sie dran, es lohnt sich. Neo-Magazin, Folge 17. Hochmut kommt vor der Sommerpause. Heute zu Gast, Miriam Weichselbraun. Und hier ist Ihr staatsferner Bundesverfassungschefe, Dr. Jan Böhmermann. Hallo, schönen Abend. Dankeschön. Willkommen im Neo-Magazin, Ausgabe 17, Abend, 27. März 2014. Ganz lieben Dank, ganz lieben Dank. Vielen Dank. Ach, hört doch auf. Unser Gast heute, Miriam Weichselbraun. Und mein lieber treuer Freund und Wegbegleiter ist auch mit dabei. Er musste schon so viel durchleiden. Er wurde erschossen, er wurde am Nasenring in seiner Postkutche hergezogen, aber er ist immer noch an meiner Seite. William Kohn. Will I am? Gute Nachrichten, liebe Fernsehfreaks, gute Nachrichten, liebe Freunde des zweiten deutschen Fernsehens. Nachdem der Programmdirektor des ZDF es bereits angekündigt hat, kommt jetzt endlich das deutsche Breaking Bad. In der Hauptrolle allerdings nicht Bastian Pastewka, sondern das ZDF selber. Und damit kommen wir auch zum Hashtag der Woche. ZDF Breaking Bad. ZDF Breaking Bad ist der Hashtag der Woche. Denn das Bundesverfassungsgericht hat am Dienstag das ZDF für teilweise oder größtenteils verfassungswidrig erklärt. Das, was man im Programm längst schon gesehen hat, ist jetzt auch amtlich bestätigt durch ein Gericht. Das ZDF ist illegal. Das heißt, die Leute wissen nicht, wie sie reagieren sollen. Sind sie geschockt, sind sie entsetzt oder sind sie hellauf begeistert? Das bedeutet für Sie, wenn Sie eine ARAG-Rechtsschutzversicherung haben oder Advokat des Anwaltslieblings, Sie können sich ab sofort bei Wetten, dass als Moderator einklagen. Das ist jetzt eine gute Nachricht. Und es gibt endlich auch eine rechtliche Grundlage durch die Illegalität des ZDF, den ZDF Fernsehgarten zu verbieten. Das ist ganz, ganz toll. Amnesty International hat das seit Jahren gefordert. Na endlich! Das ZDF ist illegal! Das ZDF ist illegal, zumindest teilweise. Wer trotzdem immer noch das ZDF guckt, wird mit Johannes B. Kerner nicht unter fünf Jahren bestraft. Oh, oh. Ich fände es, ich fände es, ehrlich, ich fände es, ich fände es allerdings ganz gut, wenn wir bei ZDF Neo vom Verfassungsschutz beobachtet werden würden, würde wenigstens einer zugucken. Aber hey, wir haben den Grimme-Preis. Was soll's? So what? So what? Why not? Was soll's? Sind Tierfreunde heute Abend? Hier sind Tierfreunde, hier gibt es Tierfreunde im Neo Magazin Publikum. Gibt es Tierfreunde? Zwei Tierfreunde? Im Kopenhagener Zoo wurden drei Löwen getötet und den Giraffen zum Fraß vorgeworfen. Keine Ahnung, als Rache. Sind Tiere, sind Tiergeschichten noch relevant eigentlich? Dann noch eine Tiergeschichte. Im Frankfurter Zoo hat ein Fuchs 15 Flamingos geköpft. Im Frankfurter Zoo hat ein Fuchs 15 Flamingos geköpft. Zu seiner Entschuldigung sagte der Fuchs Alex der Polizei, ja, äh, ja, äh, Sprengfüchse so? Weiß ich nicht. What does the fox say? Ja, ich habe gedacht, ich habe, ja, ich muss zu meiner Entschuldigung sagen, ich habe die Flamingos nur geköpft. Ich habe gedacht, das wäre das deutsche Fernsehballett. Nein, 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 William. Heute Abend, ähm, ich kann leider nicht dabei sein, weil ich eine Sendung moderieren muss, ich muss arbeiten. Heute Abend werden in Berlin die Echos verliehen. Dieses Jahr wurden mit Schandmaul, Freiwild und den Bösen Onkels so viele Idioten-Bands nominiert wie noch nie zuvor. Deswegen mussten erstmals in der Geschichte des Echo wirklich wahr die Regeln geändert werden. Jeder, der Nominierten, hat jetzt 24 Stunden Zeit, einen halben Liter Bier zu echsen, sonst gibt es den Preis nicht. Die neun Vollidioten-Regeln beim Echo. Übrigens, und hier auch im Publikum habe ich im Vorgespräch beim Warm-up gemerkt, dass es viele Freiwild-Fans gibt und viele sind sich nicht sicher, sind Freiwild links oder rechts. Freiwild sind nicht rechts, sie sind einfach nur so scheiße. Also ganz ehrlich. Liebe Leute, jetzt müssen wir doch ein kleines bisschen ernst werden. Es gibt im deutschen Fernsehen viele Sendungen, denen es nicht so gut geht wie uns. Es gibt viele lustlose, erschlaffte Moderatoren, gelangweilte Autoren, Redaktionen, die nicht mehr Lust hat, sich vorzubereiten. Das ist traurig, das ist schockierend, das ist entsetzend, besonders für uns Zuschauer. Und wir vom Neo Magazin, wir haben uns gedacht, da müssen wir was machen. Wir müssen helfen. Das ist unsere neue Aktion. Lustige Sprüche klopfen, investigative Fragen fragen, der nette Kerl von nebenan sein, die Massen begeistern. Jeden Tag bleiben Moderatoren dabei auf der Strecke. Wir haben uns gefragt, wie können wir diesen Menschen helfen? Die Neo Magazin Fernsehnothilfe. Und heute geht es um Stefan Raab. Stefan Raab ist für viele sowas wie der Kuddel von den Toten Hosen, wie Andi und Breit, die irgendwie Anfang der 80er Jahre in so eine Punkband reingeraten und seitdem wie so ein, ja mittlerweile wie so ein Tanzbär durch den Zirkus gezogen, an einem Nasenring. Viele sagen, er ist gelangweilter, er ist lustlos, er hat keine Lust mehr auf TV-Total. Aber in der vergangenen Woche kam auf einmal Leben in seiner ProSieben-Show. Denn Stefan Raab, Elton und die TV-Total-Redaktion haben herausgefunden, dass das chinesische Fernsehen ihre Sendung kopiert. Einfach so, ohne zu fragen. Schauen Sie mal. Wusstest du, dass das, was wir machen hier, zum Teil um den Globus geht, ohne dass wir auch nur ein einziges Mal gefragt werden? Nein. Normalerweise würde man sagen, da fragt man an, ja, und dürfen wir das, ja, und im Zweifel, was kostet das denn, wenn wir das dürfen? Aber in China, da macht man das einfach und durch Zufall haben wir es entdeckt. Ja. Kucken Sie sich das mal an. Wei, wei, wo honning, die men, die herlei, wo der Game Show, da in der Sia, es ist Liao Wang. Hey, das ist eine Wende, die 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 Wende. Ja. Na, woede perspective? Jetzt sind wir uns das Land. Die Wende, die Wende, die Wende, die Wende, die Wende, die Wende, die Wende und sich des Wende wiederen. Ja. cheapig. Wir sehen uns am幾 indeed, ja, Dann nennen wir unsere Sendung heute mal Blamilen Odelkassilen. Bei welchem Club? H-A-B-S-C. Richtig! Die Chinesen, die klauen ja wirklich, was geht, ne? Und jetzt kommt die große Überraschung. Dahinter stecken wir vom Neomagazin. Wir stecken dahinter. Es gilt ja in China als sehr großes Kompliment, was zu kopieren. Und wir haben vor vielen, vielen Monaten eine Videokassette mit alten TV-Total-Folgen zum chinesischen Fernsehen geschickt, zur Inspiration. Und tatsächlich ist daraus dann diese Sendung, die wir gerade gesehen haben, entstanden. Glauben Sie nicht, stimmt, aber wir sind jetzt, glaube ich, verbunden mit Xiao Yang Fu, Fernsehmoderator bei CCTV5, im chinesischen Fernsehsender, und Stand-Up-Komiker, den wir gerade gesehen haben im roten Sakko aus der chinesischen Millionenstadt Miu Xiao, der uns jetzt live, ja, ist live zugeschaltet. Herr Fu, hören Sie mich? Hallo, Herr Fu! Wei, hai, ni hao, ni hao. Herr Fu, erst mal herzlich willkommen im Neomagazin. Stimmt es, dass Sie mit unserer Hilfe so was wie der chinesische Stefan Raab geworden sind? Ist das wahr? Ja, ja, sehr berühmt geworden jetzt. Sehr gut. Oh, ich verstehe Sie ganz schlecht, Sie haben ganz undeutlich, Sie haben so einen ganz merkwürdigen chinesischen Dialekt, Herr Fu. Hallo? Oh, ja, ja. Herr Fu, verstehen Sie mich? Ja. Herr Fu? Weil ich komme mal kurz rüber, Moment mal eben. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. So, Herr Fu! Ah! Hallo, Herr Fu! Hallo, Herr Fu! Hallo, Neomagazin Publikum! Ja. Herr Fu, sprichst du eigentlich chinesisch? Ne, eigentlich überhaupt nicht. Jetzt gibt es eine schlechte Nachricht für das Team von TV Total und wir hätten es euch sehr gegönnt, dass ihr vom chinesischen Fernsehen kopiert worden wäret, aber also ehrlich gesagt, das ist alles in China, kennt euch leider keine Sau. Wir wollten einfach mal gucken, wie so eure Redaktionskontrollen ablaufen, wie gewissenhaft ihr recherchiert und ich muss sagen, ich bin schockiert, dass sich keiner Gedanken gemacht hat, was da eigentlich. Tut mir total leid, dahinter stecken wir Beweise, hier das Making of. Tag mit Leon, diepiel er sich von ihrem Groen aufgett. Jetzt zu ich fragen, ob ich die Asi von der Landkirchefung im Landkirchefung nach der Beweise. zu Westen Bist du Schenk. Bist du Schenk. Bist du Schenk. 44ig. Ja, das ist das. Ganz kurz mal eben, das glaubt uns Raab niemals. Kannste vergessen, das ist ja nicht bescheuert. Never ever, auf gar keinen Fall. Ist das überhaupt richtig chinesisch? Keine Ahnung, ich habe auch nur die Speisekarte vorgelesen. Was machen wir jetzt mit dem Kontrabass hier? Ach ne, mit dem Kontrabass, das ist eine blöde Idee. Ne, komm, lass uns das nochmal, lass uns mal ganz kurz nochmal ein bisschen überlegen, ob wir es wirklich machen wollen. Also mit dem Kontrabass, vergiss es, echt. Also ich geh zum Sushi Ninja, will jemand anderes? Ja, ich habe nur zwei Pferdes, bitte. Ich hase schnell dich. Ja, als wir von der Shownothilfe uns dem Format TV Total angenommen haben, haben wir direkt gewusst, das wird keine einfache Aufgabe. Wir wussten nicht, dass es das so gibt. Die haben 2000 Sendungen, Erfahrung, machen das seit 20 Jahren, aber dass es dann so leicht ging, hat mich dann doch schon gewundert. Ja gut. Ich habe mit Jan gesprochen und er meinte, wir müssen denen helfen, die brauchen Inhalte. Und ja, dann kam die Idee, als ich beim Chinesen Essen war. Man muss ihn bei der Produzentenehre packen. Wenn Chinesen was klauen, ist das eine Nummer, wo man als Produzent Geld verliert. Normalerweise würde man sagen, das fragt man an, ja, und dürfen wir das? Ja, und im Zweifel, was kostet das denn, wenn wir das dürfen? Übrigens, ich habe eine Idee von einem geilen Duschkopf, bei dem die Haare nicht anders werden. Also, als Jan mich angerufen hat, habe ich echt gezweifelt, ob ich das machen kann. Aber ich dachte mir so, für uns Europäer sehen die Chinesen eh alle gleich aus. Aber in China, da macht man es einfach und durch Zufall haben wir es entdeckt. Ja. Kommen Sie sich das mal an. Punishment! Ja. Das schmeichelt doch dem Ego eines jeden Moderators, wenn seine Show in China nachgemacht wird, oder? Wusstest du, dass das, was wir machen hier zum Teil um den Globus geht? Wenn man für sowas empfänglich ist. Wir haben uns dann für Blamieren oder Kassieren entschieden, weil wir eigentlich Eltern eine Freude machen wollten. Und er hat das auch auf Facebook sehr dankbar aufgenommen. Das macht mich auch schon ein bisschen stolz, dass im chinesischen Fernsehen einer deinen Anzug anhat. Ja. Das macht mich wirklich stolz. Ich meine, ich habe es weit gebracht im Prinzip. Ja. Ja. Wenn ich als kleiner ZDF-Neo-Moderator schon nicht eingeladen werde zu TV-Total, dann muss man halt irgendwie anders den Weg finden ins Positivprogramm, oder? Die sind alles. Alles. Um Quote zu machen. Wir haben die Ideen, die haben die Quote. Wir wollen einfach, dass unsere Ideen ins große Fernsehen kommen. Wenn schon die Sendung bei Neo bleibt, dann sollen die Ideen wenigstens strahlen über Neo hinaus. Ich meine, wir helfen gerne und ich weiß, Stefan Raab wird dasselbe für mich tun, wenn ich an seiner Stelle wäre. Ich glaube schon, dass wir mit dieser Aktion, weil mit Stefan Raab, vor allen Dingen Stefan Raab, einen neuen Freund gefunden haben. Der ist echt ein großes Vorbild für mich. Also, ich würde ihn so gerne mal kennenlernen. Also, das wäre ein Traum von mir. Ein neuer Freund, aber ich will nicht, dass er uns jetzt stalkt. Dann nennen wir unsere Sendung heute mal Blamilen oder Kassilen. Tja, Blamilen oder Kassilen, ne? Wenn man jetzt böse wäre, würde man sagen, in diesem Fall wohl eher Blamilen. Aber, diesmal Neo. Alle 60 Sekunden vergeht bei TV-Total eine Minute und es ist, denke ich, zu unser aller Wohl, dass wir diese Minute ein kleines bisschen erträglicher machen. Dex, vielen Dank! Dex, danke schön, unser Show-Chinese! Wenn du denkst, wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo den Neo Magazin Fernsehnothilfe her. Vielen lieben Dank! Gern geschehen, liebes TV-Total-Team! Bis zum nächsten Mal! Apropos, wir müssen noch mal ganz kurz aufs Thema Echo, aufs Thema Freiwild zurückkommen. Heute werden in Berlin die Echos verliehen. Und ja, Freiwild scheidet die Geister, die Menschen reiben sich an... Ganz kurz. Guck mal, das ist ja geil. Dürfen wir jetzt über Freiwild reden? Dürfen wir das? Freiwild hier? Kennen Sie, oder? Ja! Kennen Sie! Meine Damen und Herren! Wir wussten nicht, dass es das so gibt. Offensichtlich! Heute Abend werden die Echos verliehen in Berlin. Freiwild war nominiert. Mittlerweile gehen sie gar nicht mehr hin. Sie wollen den ganzen Stress nicht. Und im Internet finden die Diskussionen statt, die heutzutage wichtig sind. Die wahren Intellektuellen halten sich in den Kommentarspalten unter YouTube-Filmchen auf. Und da wird auch das Thema Freiwild besprochen mit unklarem Ergebnis. Sind Freiwild jetzt links oder rechts oder ganz rechts außen? Wir haben uns die Mühe gemacht, für Sie mal eines dieser tiefschürfenden intellektuellen Gespräche in Szene zu setzen. Am 13. Dezember 2013 diskutierten die Internetnutzer FSK Eisbär, Nobelmicher, Chickenwing601 und Viktor83100 das Video Freiwild, rechts oder nicht, die Skandalband im Interview im Kommentarbereich auf www.youtube.com. Wir haben das Gespräch für Sie szenisch aufbereitet und geben es Ihnen inhaltlich und grammatikalisch unverändert wieder. Meine Klassenlehrerin verbietet mir, meinen Freiwildpulob in der Schule anzuziehen. Ja, soll ich es dabei belassen und nur zu Hause tragen? Ich bin ratlos. Trag einfach keine Shirts von schlechten Bands. Nice. Alle sind dagegen, aber sie sind zum dritten Mal in Folge zum Echo nominiert und werden ihn auch holen. Freiwild war immer ehrlich, wenn auch hart. Und genau das ist richtig. Was soll diese dauernde Hetze gegen rechts? Rechts ist okay, nur rechts radikal. Das ist ein No-Go. Freiwild bleibt eine Band mit rechten Tendenzen. Dein Kommentar beweist, dass du sehr dumm bist und nur beleidigen kannst. Aber so sind Leute, die mit sich selbst unzufrieden sind und keine Freunde haben, du kleinen Pimmelträger. Verwundelst du uns jetzt vor Scham im Garten? Allein die Tatsache, dass er eine Frisur aus der Hitlerjugend trägt, reicht schon aus. Rechts! Nazis haben Brot gegessen. Bist du jetzt auch ein Nazi? Boris Becker hat zurzeit dieselbe Frisur. Und jetzt? Freiwild ein Leben lang! Freiwild ein Leben lang! Freiwild ein Leben lang! Freiwild ein Leben lang! Wir haben selber erst Kreuze entguckt. Hashtag der Woche übrigens ZDF Breaking Bad. Und unser Gast heute Miriam Weichselbraun! Guck mal hier, was für ein Beschiss, das ist gar kein echter Knopf, das ist ein Teelicht. Das ist ein Teelicht und eine Kappe von einem Prittstift. Das ist ZDF Neo! So, da seht ihr mal wie der Kampf wirklich ist. David gegen Goliath und wir sind David, wenn überhaupt. Beschiss! Ja, Beschiss am Kunden. Groß gewinnen oder komplett blamieren. Unser heutiger Gast ist zum einen weiblich, was fürs Neo Magazin zumindest in der letzten Staffel sehr selten war. Und zum anderen ist sie eine echte Jetsetterin. Sie lebt in London, pendelt aber zwischen Wien, Österreich, Berlin, Deutschland, London, England, hin und her. Ist eine sehr bekannte Moderatorin in Österreich, eine sehr bekannte Moderatorin in Deutschland und seit neuestem eine privat sehr bekannte Mutter. Begrüßt mit mir Miriam Weichselbraun! Hi Miriam! Bravo! 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 Hi! Schön, dass du da bist. Hey Miriam! Hallo! Schön, dass du da bist. Darf ich dir ein Wasser anbieten? Gerne! Du kennst an Stefan Raab so ein bisschen persönlich, oder? Ich möchte in Ehrfurt vor dir starren. Da schlampt wohl jemand bei TV-Total. Kann ich mir nicht vorstellen, kann ich mir nicht vorstellen. Das sind doch so, einige sollen sogar Abitur haben, habe ich gehört. Das sind einige doch sehr alerte Mitarbeiter. Ich weiß gar nicht, also es war erschreckend einfach, erstaunlicherweise. Wenn Sie demnächst mal bei TV-Total irgendwas unterbringen wollen, einfach da irgendwie über zwei Umwege einfach ein Video produzieren und bei China in China hochladen. Ja, ihr habt es sogar in China hochgeladen dann, oder? Wir haben es genau, wir haben es in China hochgeladen. Dumm ist es nicht. Nein. So dumm bist du gar nicht. Momentchen mal, da muss ich doch mal ganz kurz. Das darf man? Solche Sachen sagen, darf man das? Darf man? Schön, dass du da bist. Du hast gerade im Vorgespräch gesagt, du bist ein wahnsinnig schlechter Gast. Ich bin ein ganz schlechter Gast, weil ich, naja, ich bin einfach ein schlechter, ihr werdet es merken, ich bin ein schlechter Gast. Das passt ganz gut, ich bin ein wahnsinnig schlechter Gastgeber. Und das ist deine Einspiel, Mats. Miriam Weichselbraun-Hott ist das erste, was einem Google anbietet, wenn man den Namen der am 27. September 1981 als Zwillingsschwester einer Zwillingsschwester geborenen Innsbrucker Schauspieler hat. Die Zwillingsschwesterin, Moderatorin und Synchronsprecherin eingibt. Mit 18 begann die heute 32-Jährige ihre Karriere bei Antenne Tirol. Nach ihrer Wahl zum Bravo Girl 2000 wusste sie anscheinend nicht so recht, wohin mit sich. Es folgten hippe und fesche Moderationen bei Viva und MTV. Aber eben auch die Moderation eines Online-Magazins für Wetten, dass. Der Wiener Opernball. Und Dancing on Ice mit Wayne Carpendale. Ab und zu war die Mutter einer kleinen Tochter sogar mal als Sidekick einer auf Sky laufenden Late-Night-Show zu sehen. Wir jedenfalls sind gespannt, welche der beiden Zwillingsschwestern uns heute besucht. Die früher mit Frühstücksfernsehen-Moderator Jan Hahn liierte Let's Dance-Konferenz her. Oder das hippe in London lebende MTV Girl, bei dem Google schon weiß, wonach man sucht. Oder warst das etwa alles du, Miriam Weichselbraun? Bravo! Miriam, wir sind uns im Laufe der letzten Jahre so ein paar Mal über den Blick gelaufen. Du warst auch bei Harald. Harald Schmidt hatte mal eine Late-Night-Show im deutschen Fernsehen. Du warst auch nicht eingeladen zu seiner letzten Sendung. Warum denn nicht? Nein, ich habe keine Ahnung. Warum warst du nicht eingeladen? Ich weiß es auch nicht. Wir haben uns immer gut verstanden. Und dann? Vielleicht waren die Plätze rar. Kann sein, kann sein. Man weiß es nicht. Ja, ja. Mussten dann auch sparen. Wir konnten unsere Gagen nicht mehr zahlen. Ja, ja. War extrem teuer, extrem teuer. Man sieht es am maßgeschneiderten Anzug. Ja, ja, genau. Wieso? Das ist ja so ein ironischer Unterton. Denn wir haben uns gerade draußen unterhalten. Und wir fanden, dass du im Sitzen relativ klein aussiehst. Was? Wenn du stehst, bist du ja ganz schön groß. Aber wenn du sitzt, ist der Kopf proportional zum Anzug. Wir haben uns gerade draußen unterhalten. Du siehst sehr schick aus. Ich habe zwei Chromosomen zu viel, das liegt daran. Und mein Zwilling ist halt nicht mitgeboren worden, sondern ist in meinem Kopf noch oben drin. Deswegen ist der Kopf ein bisschen klein. Bist du wirklich die echte Miriam? Oder bist du deine Schwester? Gibt es einen Unterschied zwischen euch? Ja, es gibt viele Unterschiede. Also rein optisch ist Melanie die schmalere, kleinere, hübschere. Ich bin der hässliche Unterlinz für die Zwilling. Aber ich lebe damit ganz gut. Willkommen beim Fernsehen. Ja, da komme ich unter. Ich habe übrigens vorhin auch erfahren, dass dein Publikum handverlesen ist. Das finde ich ganz schick. Du hast ein total elitäres, super Publikum. Ja, es ist oft schwierig, weil... Ja. Sehr eingebildet, wie du hörst. Sie sind sehr eingebildet. Hab ich alle ausgesucht. Ja, sie sind tatsächlich handverlesen. Also die rekrutieren sich ausschließlich aus den Stalkern, die bei mir vorm Haus campen in Iglo-Zelten. Aber wir haben ein ganz tolles Publikum. Übrigens, das Publikum hatte in den letzten Wochen auch die Gelegenheit, ja quasi sich... Das zum Beispiel ist der... Wie heißt der nochmal? Er heißt Christian. Christian Regneri ist der beste Mensch der Welt. Wir voten seit ein paar Wochen, weil wir wollen nicht, dass Heidi Klum die Menschen so versaut nach Äußerlichkeiten geht und so. Und wir gucken auf die inneren Werte. Ich finde Heidi Klum, wenn man sich ihren neuen Freund anschaut, nämlich den Sohn von Schnabel, dann kann man nicht sagen, dass sie nach Äußerlichkeiten geht. Sie geht nach Geld. Ja. Achso, na dann. Kennst du diese hirten Situationen, wo man andere Halbprominente trifft, die man noch nie zuvor gesehen hat und man weiß, eigentlich müsste man grüßen, weil man kennt sich gegenseitig, aber man kennt sich halt irgendwie auch nicht. Das ist das Schlimmste am Fernsehpreis, finde ich, wenn man rumläuft und denkt, man muss jedem Hallo sagen und alle gucken dich an, als wärst du so einer der Stalker, der vor deinem Haus. Auf dem Teppich, fast schöner als der Filmpreis ist eigentlich nur noch ein gesellschaftliches Großereignis, bei dem du auch warst, der Opernball in Wien. Ja, da war ich auch, den moderiere ich immer für den ORF. Ich sag mal so, da haben sich ja die deutschen Prominenten nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Oliver Pocher hat quasi das Bild des Deutschen als ewiger Nazi in der Welt zurechtgerückt, indem er, glaube ich, Kim Kardashian übelst rassistisch beleidigt hat und Johannes B. Kerner hat sich fast geprügelt. Hast du Hintergrundinformationen, warum es überhaupt zu diesem Streit gekommen ist? Ich glaube, einer hat den Begleiter oder Kerner selbst angepöbelt, dass er sich hier bezahlen lässt für die ganze Sache hier. So what? Und er ist dann gegangen und meinte, das hat er nicht notwendig. Und der andere hat ihm dann, glaube ich, dem Pöbler einen in die Fresse gegeben. Aber ich weiß es nicht ganz genau. Ich war nicht dabei. Ich hab mich gefragt, warum man eigentlich so in der darwinistischen Nahrungskette steht, wenn man sich für Kerner mit irgendjemandem prügelt. Ich find den ja sehr nett. Ja, ich auch. Ich bin auch ein wahnsinnig netter Typ. Aber ich mein, nett sind sie alle ist ja auch so ein Saft aus dem Showgeschäft. Nein, nett sind sie nicht alle. Er ist ja nicht nett. Ach, da gibt's doch bestimmt ein paar. Hattest du noch nie? Ich komm immer, also alle Leute, also die kommen sind immer sehr nett und die nicht netten kommen halt erst gar nicht. Weil die wahrscheinlich Schiss haben vor dir. Ja, glaube ich nicht. Nee. Du hast ja Backstage und Schluffi eigentlich. Weil du jetzt geschwächt bist durch die Kinder wahrscheinlich. Ja, naja, du weißt ja wie es ist. Geht dir doch auch so, oder? Ich fühl mich seit sechs Monaten, als hätte ich einen Kater. Ja, ja, es ist anstrengend. Ja, es ist wie immer durchmachen irgendwie, aber es ist nicht, es ist auch okay. Und warte jetzt mal ab, bist du in meiner Situation, dass du mehrere Kinder von verschiedenen Partnern hast. Das ist ein Rumgereise. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ja. Deine Tochter ist sechs Monate alt. Ja. Und du siehst trotzdem aus, als hättest du sieben Nannys. Also du siehst total, du machst es aber schon selbst. Ich hab sieben Nannys. Ja, ach so. Leben in London, sieben Nannys haben, warum denn nicht? Du machst es schon selber, oder? Ja, ja. Also, ja, klar. Wie lange sind deine Nächte? Weißt du, wie teuer ein Nanny ist? Ja, ja, eben. Ähm, ja, die wacht schon auf, aber sie brüllt jetzt nicht stundenlang durch. Die grinst einfach nur. Schläft sie denn schon, sie schläft die schon durch? Oh Gott, das sind diese Eltern, wo sich Eltern so betteln. Mein Kind schläft durch, deins noch nicht. Du, meins, nach drei Tagen hat sie ja durchgeschlafen. Mein Kind hat nach drei Tagen. Aber, hm, deins nicht? Oh, dann würde ich mal zum Arzt gehen. Hast du gehört? Mir hat neulich jemand erzählt, ich weiß aber nicht, ob das stimmt, dass in, ähm, in Amerika gibt es manche Eltern, die ihre Kinder windelfrei quasi großziehen wollen. Also nachts auch wecken zum, und auf den Topf setzen, als Baby schon. Okay. Hast du das gehört? Äh, ich kenne nur den Trend, dass die Eltern ihren Kindern keinen Brei mehr zubereiten, sondern einfach gekochtes Gemüse ins Bett legen. Ja, 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 ja. Ja. Das ist, damit die Kinder schnell wissen, was ne Karotte ist. Ja, 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 ja. Das hab ich auch schon gehört. Aber du bist ganz normal, konventionell, Hipgläschen und ab und zu auch mal... Ne, ich hab neulich zum ersten Mal, hab ich gedacht, ich bin ne Mega-Mutter, ich koche selbst. Also hab ich gekocht, eine Karotte, eine Kartoffel, ein bisschen Fleisch, alles gemixt, das sah widerlich aus. Und so sah auch mein Kind aus. Ich dachte echt, ich bin ein bisschen bekloppt, der angewidert sich, fast angekotzt. Und jetzt sitz ich wieder vorm Gläschen und denk Scheiß drauf. Du bist schon in der Phase, wo man dann Fleisch dem Brei beimischt, also wo die Scheiße so richtig anfängt zu stinken, ne? Und so denk, ich habe... Offensichtlich ist es ein Scheißmonster, was ich erschaffen hab. Ja, das ist fast nuklear. Miriam, schön, dass du da warst, auf deinem Weg zwischen London, Innsbruck, Deutschland, dass du die Zeit gefunden hast, trotz Familie... Ja, nach Ehrenfeld. Nach Köln, Cologne, Ehren... Wirklich? Wann das denn? Schattenbau hinter der Fenloher. Ach, da vorne beim Rewe Center. Ist ja furchtbar. Ja, in der Nähe. Was war denn da los? Viva Plus war los. Ach, Viva Plus. Da würde ich mal sagen, Miriam Weichselbraun wohnt in Ehrenfeld. Das darf man. Miriam Weichselbraun, schön, dass du da warst. Vielen Dank. Das war das Neo Magazin. Nächste Woche Dieter Maier und Livemusik von Fins. Bis nächste Woche. Diesmal wieder. Sorry Stefan. Ciao. Wow. Eine in großen Teilen verfassungswidrige Show, Böhmi. Wie immer. Aber heute hast du dir einen neuen tollen Feind gemacht. Wirklich clever von dir. Da purzelt sogar dem Bundesverfassungsgericht der Buttplug aus dem Talar. Keep up the good work, Kuschelboy. 50 süße Milfs kämpfen um eine Welke Rose. Bist du über 55? Bist du Single oder wenigstens unglücklich verheiratet? Dann könnte diese Rose bald dir gehören. Gildo hat euch Müll von sehr liebem. Quietschen. Ja. Du bist die Hölle Rose. Eine Lecker Läser. Wie du so relativ klein aussiehst. Was? Wenn du stehst bist du ganz schön groß. Aber wenn du sitzt ist der Kopf proportional zum Anzug. Wir haben uns gerade draußen unterhalten. Ja ja. Du siehst sehr schick aus. Du siehst sehr schick aus. Ich habe zwei Chromosomen zu viel, das liegt daran. Und mein Zwilling ist halt nicht mit geboren worden, sondern ist in meinem Kopf noch oben drin. Deswegen ist der Kopf ein bisschen klein. Bist du wirklich die echte Miriam oder bist du deine Schwester? Gibt es einen Unterschied zwischen euch? Ja, es gibt viele Unterschiede. Also rein optisch ist Melanie die schmalere, kleinere, hübschere. Ich bin der hässliche Unterlinz für die Zwilling. Aber ich lebe damit ganz gut. Willkommen beim Fernsehen. Ja, da komme ich unter. Ich habe übrigens vorhin auch erfahren, dass dein Publikum handverlesen ist. Das finde ich ganz schick. Du hast ein total elitäres, super Publikum. Ja, es ist oft schwierig. Sehr eingebildet, wie du hörst. Sie sind sehr eingebildet. Ich alle ausgesucht. Ja, sie sind tatsächlich handverlesen. Also die rekrutieren sich ausschließlich aus den Stalkern, die bei mir vorm Haus campen in Iglu-Zelten. Aber wir haben ein ganz tolles Publikum. Übrigens, das Publikum hatte in den letzten Wochen auch die Gelegenheit, ja quasi sich, das zum Beispiel ist der, wie heißt der nochmal? Er heißt Christian Regneri, ist der beste Mensch der Welt. Wir voten seit ein paar Wochen, weil wir wollen nicht, dass Heidi Klum die Menschen so versaut nach Äußerlichkeiten geht und so. Und wir gucken auf die inneren Werte. Ich finde Heidi Klum, wenn man sich ihren neuen Freund anschaut, nämlich den Sohn von Schnabel, dann kann man nicht sagen, dass sie nach Äußerlichkeiten geht. Sie geht nach Geld. Ja, ach so, na dann. Kennst du diese wierden Situationen, wo man andere Halbprominente trifft, die man noch nie zuvor gesehen hat und man weiß, eigentlich müsste man grüßen, weil man kennt sich gegenseitig, aber man kennt sich halt irgendwie auch nicht. Das ist das Schlimmste am Fernsehpreis, finde ich, wenn man rumläuft und denkt, man muss jedem Hallo sagen und alle gucken dich an, als wärst du so, ne, einer der Stalker, der vor deinem Haus kämpft. Auf dem Teppich, fast schöner als der Filmpreis, ist eigentlich nur noch ein gesellschaftliches Großereignis, bei dem du auch warst, der Opernball in Wien. Ja, da war ich auch, den moderiere ich immer für den ORF. Ich sag mal so, da haben sich ja die deutschen Prominenten nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Oliver Pocher hat quasi das Bild des Deutschen als ewiger Nazi in der Welt zurechtgerückt, indem er, glaube ich, Kim Kardashian übelst rassistisch beleidigt hat und Johannes B. Kerner hat sich fast geprügelt. Hast du Hintergrundinformationen, warum es überhaupt zu diesem Streit gekommen ist? Ich glaube, einer hat den Begleiter oder Kerner selbst angepöbelt, dass er sich hier bezahlen lässt für die ganze Sache hier. So what? Und er ist dann gegangen, meint, das hat er nicht notwendig und der andere hat ihm dann, glaube ich, dem Pöbler einen in die Fresse gegeben. Aber ich weiß es nicht ganz genau, ich war nicht dabei. Ich hab mich gefragt, wo man eigentlich so in der darwinistischen Nahrungskette steht, wenn man sich für Kerner mit irgendjemandem prügelt. Ich find den ja sehr nett. Ja, ich auch. Ich bin auch ein wahnsinnig netter Typ. Aber ich mein, nett sind sie alle, ist ja auch so ein Saft aus dem Showgeschäft. Nein, nett sind sie nicht alle. Er ist ja nicht nett. Ach, da gibt es doch bestimmt ein paar. Ja, hattest du noch nie? Ich komm mal, also erstmals in der Geschichte des Echo, wirklich wahr, die Regeln geändert werden. Jeder, der Nominierten hat jetzt 24 Stunden Zeit, einen halben Liter Bier zu echsen, sonst gibt's den Preis nicht. Die neuen Vollidiotenregeln beim Echo. Und hier auch im Publikum hab ich im Vorgespräch, beim Warm-up gemerkt, dass es viele Freiwild-Fans gibt und viele, sind sie nicht sicher, sind Freiwild links oder rechts. Freiwild sind nicht rechts, sie sind einfach nur so scheiße. Also ganz ehrlich. Liebe Leute, jetzt müssen wir doch ein kleines bisschen ernst werden. Es gibt im deutschen Fernsehen viele Sendungen, denen es nicht so gut geht wie uns. Es gibt viele lustlose, erschlaffte Moderatoren, gelangweilte Autoren, eine Redaktion, die nicht mehr Lust hat, sich vorzubereiten. Das ist traurig, das ist schockierend, das ist entsetzend, besonders für uns Zuschauer. Und wir vom Neo Magazin, wir haben uns gedacht, da müssen wir was machen. Wir müssen helfen. Das ist unsere neue Aktion. Lustige Sprüche klopfen, investigative Fragen fragen, der nette Kerl von nebenan sein, die Massen begeistern. Jeden Tag bleiben Moderatoren dabei auf der Strecke. Wir haben uns gefragt, wie können wir diesen Menschen helfen? Die Neo Magazin Fernsehnothilfe. Und heute geht es um Stefan Raab. Stefan Raab ist für viele sowas wie der Kuddel von den Toten Hosen, wie Andi und Breit, die irgendwie Anfang der 80er Jahre in so eine Punkband reingeraten und seitdem wie so ein, ja mittlerweile wie so ein Tanzbär, durch einen Zirkus gezogen, an einem Nasenring. Viele sagen, er ist gelangweilt, er ist lustlos, er hat keine Lust mehr auf TV-Total. Aber in der vergangenen Woche kam auf einmal Leben in seiner ProSieben-Show, denn Stefan Raab, Elton und die TV-Total-Redaktion haben herausgefunden, dass das chinesische Fernsehen ihre Sendung kopiert. Einfach so, ohne zu fragen. Schauen Sie mal. Wusstest du, dass das, was wir machen hier, zum Teil um den Globus geht, ohne dass wir auch nur ein einziges Mal gefragt werden? Nein. Normalerweise würde man sagen, da fragt man an, ja, und dürfen wir das, ja, und im Zweifel, was kostet das denn, wenn wir das dürfen? Aber in China, da macht man das einfach und durch Zufall haben wir es entdeckt. Ja. Kucken Sie sich das mal an. Und im Zweifel, Hey, wei, wei, und wiri, wiri, Ja, ja, oder? Sieht ein bisschen aus wie hier. Dann nennen wir unsere Sendung heute mal Blamilen oder Kassilen. Bei welchem Club? Auf der ABSC. Richtig! Die Chinesen, die klauen ja wirklich, was geht. Und jetzt kommt die große Überraschung. Dahinter stecken wir vom Neomagazin. Wir stecken dahinter. Es gilt ja in China als sehr großes Kompliment, was zu kopieren. Und wir haben vor vielen, vielen Monaten eine Videokassette mit alten TV-Total-Folgen zum chinesischen Fernsehen geschickt, zur Inspiration. Und tatsächlich ist daraus dann diese Sendung, die wir gerade gesehen haben, entstanden. Glauben Sie nicht? Stimmt, aber wir sind jetzt, glaube ich, verbunden mit Xiao Yang Fu, Fernsehmoderator bei CCTV5, einem chinesischen Fernsehsender, und Stand-Up-Komiker, den wir gerade gesehen haben im roten Sakko aus der chinesischen Millionenstadt Miu Xiao, der uns jetzt live, ja, ist live zugeschaltet. Herr Fu, hören Sie mich. Hallo Herr Fu. Wei, hi, ni hao, ni hao. Herr Fu, erst mal herzlich willkommen im Neomagazin. Stimmt es, dass Sie mit unserer Hilfe sowas wie der chinesische Stefan Raab geworden sind? Ist das wahr? Ja, ja, sehr berühmt geworden jetzt. Sehr gut. Oh, ich verstehe Sie ganz schlecht. Sie haben ganz undeutlich, Sie haben so einen ganz merkwürdigen chinesischen Dialekt, Herr Fu. Hallo? Oh, ja, ja. Hallo? Herr Fu, verstehen Sie mich? Ja. Herr Fu? Ich komme mal kurz rüber, Moment mal eben. Hallo? Hallo? Hallo, Neomagazin Publikum. Ja. Herr Fu, sprichst du eigentlich chinesisch? Ne, eigentlich überhaupt. Liebe Leute, jetzt müssen wir doch ein kleines bisschen ernst werden. Es gibt im deutschen Fernsehen viele Sendungen, denen es nicht so gut geht wie uns. Es gibt viele lustlose, erschlaffte Moderatoren, gelangweilte Autoren, Redaktionen, die nicht mehr Lust hat sich vorzubereiten. Das ist traurig, das ist schockierend, das ist entsetzend, besonders für uns Zuschauer. Und wir vom Neomagazin, wir haben uns gedacht, da müssen wir was machen. Wir müssen helfen. Das ist unsere neue Aktion. Lustige Sprüche klopfen, investigative Fragen fragen, der nette Kerl von nebenan sein, die Massen begeistern. Jeden Tag bleiben Moderatoren dabei auf der Strecke. Wir haben uns gefragt, wie können wir diesen Menschen helfen? Die Neomagazin Fernsehnothilfe. Vielen Dank für den möglichen Applaus. Und heute geht es um Stefan Raab. Stefan Raab ist für viele sowas wie der Kuddel von den Toten Hosen, wie Andi und Breit, die irgendwie Anfang der 80er Jahre in so eine Punkband reingeraten und seitdem wie so ein, ja mittlerweile wie so ein Tanzbär durch einen Zirkus gezogen an einem Nasenring. Viele sagen, er ist gelangweilter, er ist lustlos, er hat keine Lust mehr auf TV-Total. Aber in der vergangenen Woche kam auf einmal Leben in seine ProSieben-Show, denn Stefan Raab, Elton und die TV-Total-Redaktion haben herausgefunden, dass das chinesische Fernsehen ihre Sendung kopiert. Einfach so, ohne zu fragen. Schauen Sie mal. Wusstest du, dass das, was wir machen hier zum Teil um den Globus geht, ohne dass wir auch nur ein einziges Mal gefragt werden? Nein. Normalerweise würde man sagen, da fragt man an, ja, und dürfen wir das? Ja, und im Zweifel, was kostet das denn, wenn wir das dürfen? Aber in China, da macht man das einfach und durch Zufall haben wir es entdeckt. Ja. Ja, gucken Sie sich das mal an. Ja. Ja Ja. Ja. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Ich komme immer, also alle Leute, also die kommen sind immer sehr nett und die nicht netten kommen halt erst gar nicht. Weil die wahrscheinlich Schiss haben vor dir. Ja, glaube ich nicht. Nee, ich bin ja, hast ja Backstage einen Schluffi eigentlich. Weil du jetzt geschwächt bist durch die Kinder wahrscheinlich. Ja, na ja, du weißt ja, wie es ist. Geht dir doch auch so, oder? Ich fühle mich seit sechs Monaten, als hätte ich einen Kater. Ja, ja, es ist anstrengend. Ja, es ist wie immer durchmachen irgendwie, aber es ist nicht, es ist auch okay. Und warte erst mal ab, bist du in meiner Situation, dass du mehrere Kinder von verschiedenen Partnern hast. Das ist ein Rumgereise, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ja. Deine Tochter ist sechs Monate alt. Ja. Und du siehst trotzdem aus, als hättest du sieben Nennys. Also du siehst total, du machst es aber schon selbst. Ich habe sieben Nennys. Ja, achso. Leben in London, sieben Nennys haben, warum denn nicht? Du machst es schon selber, oder? Ja, ja, also ja, klar. Wie lange sind deine Nächte? Weißt du, wie teuer ein Nanny ist? Ja, ja, eben. Ja, die wacht schon auf, aber sie brüllt jetzt nicht stundenlang durch. Sind das nicht handverlesen? Also die rekrutieren sich ausschließlich aus den Stalkern, die bei mir vorm Haus campen in Iglu-Zelten. Aber wir haben ein ganz tolles Publikum. Übrigens, das Publikum hatte in den letzten Wochen auch die Gelegenheit, ja, quasi sich... Das zum Beispiel ist der, wie heißt er nochmal? Er heißt Christian. Christian Regneri ist der beste Mensch der Welt. Wir voten seit ein paar Wochen, weil wir wollen nicht, dass Heidi Klum die Menschen so versaut nach Äußerlichkeiten geht und so. Und wir gucken auf die inneren Werte. Ich finde Heidi Klum, wenn man sich ihren neuen Freund anschaut, nämlich den Sohn von Schnabel, dann kann man nicht sagen, dass sie nach Äußerlichkeiten geht. Die geht nach Geld. Ja, ach so, na dann. Kennst du diese weirden Situationen, wo man andere Halbprominente trifft, die man noch nie zuvor gesehen hat und man weiß, eigentlich müsste man grüßen, weil man kennt sich gegenseitig, aber man kennt sich halt irgendwie auch nicht. Das ist am schlimmsten am Fernsehpreis, finde ich, wenn man rumläuft und denkt, man muss jedem Hallo sagen und alle gucken dich an, als wärst du so... Na, einer der Stalker, der vor deinem Haus kämpft. Auf dem Teppich, fast schöner als der Filmpreis ist eigentlich nur noch ein gesellschaftliches Großereignis, bei dem du auch warst, der Opernball in Wien. Ja, da war ich auch. Den moderiere ich immer für den ORF. Ich sag mal so, da haben sich ja die deutschen Prominenten nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Oliver Pocher hat quasi das Bild des Deutschen als ewiger Nazi in der Welt zurechtgerückt, in dem er, glaube ich, Kim Kardashian übelst rassistisch beleidigt hat. Und Johannes B. Kerner hat sich fast geprügelt. Hast du Hintergrundinformationen, warum es überhaupt zu diesem Streit gekommen ist? Ich glaube, einer hat den Begleiter oder Kerner selbst angepöbelt, dass er sich hier bezahlen lässt für die ganze Sache hier. So what? Und er ist dann gegangen, meinte, das hat er nicht notwendig. Und der andere hat ihm dann, glaube ich, dem Pöbler einen in die Fresse gegeben. Aber ich weiß es nicht ganz genau. Ich war nicht dabei. Ich hab mich gefragt, warum man eigentlich so in der darwinistischen Nahrungskette steht, wenn man sich für Kerner mit irgendjemandem prügelt. Ich find den ja sehr nett. Ja, ich auch. Ich find auch ein wahnsinnig netter Typ. Aber ich mein, nett sind sie alle ist ja auch so ein Satz aus dem Showgeschäft. Nein, nett sind sie nicht alle. Wer ist denn nicht nett? Ach, da gibt es doch bestimmt ein paar. Hattest du noch nie? Ich komm immer, also alle Leute, also die kommen sind immer sehr nett. Und die nicht netten kommen halt erst gar nicht. Weil die wahrscheinlich Schiss haben vor dir. Ja, glaub ich nicht. Nee, ich bin ja, hast ja Backstage so ein Schluffi eigentlich. Weil du jetzt geschwächt bist durch die Kinder wahrscheinlich. Ja, na ja, du weißt ja, wie es ist. Geht dir doch auch so, oder? Ich fühl mich seit sechs Monaten, als hätte ich einen Kater. Ja, ja, es ist anstrengend. Ja, es ist wie immer durchmachen irgendwie, aber es ist auch okay. Und warte erst mal ab, bist du in meiner Situation, dass du mehrere Kinder von verschiedenen Partnern hast. Das ist ein Rumgereise. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ja. Deine Tochter ist sechs Monate alt. Ja. Und du siehst trotzdem aus, als hättest du sieben Nennys. Also du siehst total, du machst es aber schon selbst. Ich hab sieben Nennys. Ja, ach so. Leben in London, sieben Nennys haben, warum denn nicht? Du machst es schon selber, oder? Ja, ja. Also, ja, klar. Wie lange sind deine Nächte? Ich weiß nicht, wie teuer ein Nanny ist. Ja, ja, eben. Ja, die wacht schon auf, aber sie brüllt jetzt nicht stundenlang durch. Die grinst einfach nur. Mit unserer Hilfe sowas wie der chinesische Stefan Raab geworden sind. Ist das wahr? Ja, ja. Sehr berühmt geworden jetzt. Sehr gut. Oh, ich verstehe Sie ganz schlecht. Sie haben ganz undeutlich, Sie haben so einen ganz merkwürdigen chinesischen Dialekt, Herr Fu. Hallo? Oh, ja. Hallo? Herr Fu, verstehen Sie mich? Ja. Herr Fu, weil ich komme mal kurz rüber. Moment mal eben. So, Herr Fu. Ah. Hallo, Herr Fu. Hallo, Neo Magazin Publikum. Herr Fu, sprichst du eigentlich chinesisch? Nee, eigentlich überhaupt nicht. Ruhedeutsch. Jetzt gibt es eine schlechte Nachricht für das Team von TV Total und wir hätten es euch sehr gegönnt, dass ihr vom chinesischen Fernsehen kopiert worden wäret, aber also ehrlich gesagt, das ist alles in China, kennt euch leider keine Sau. Wir wollten einfach mal gucken, wie so eure Redaktionskontrollen ablaufen, wie gewissenhaft ihr recherchiert und ich muss sagen, ich bin schockiert, dass sich keiner Gedanken gemacht hat, was so eigentlich. Tut mir total leid, dahinter stecken wir Beweise, hier das Making of. Gut, jetzt habe ich gefragt, ob wir die Frage stellen, ob wir die Frage stellen können. 1, 2, Ting Ting. Dong Jing. Dong Jing Si. Doida! Ganz kurz mal eben. Das glaubt uns Raab niemals. Kannste vergessen, ist doch nicht bescheuert. Never ever, auf gar keinen Fall. Ist das überhaupt richtig chinesisch? Keine Ahnung, ich hab auch nur die Speisekarte vorgelesen. Was machen wir jetzt mit dem Kontrabass hier? Ach nee, mit dem Kontrabass, das ist eine blöde Idee. Nee, komm, lass uns das nochmal, lass uns mal ganz kurz nochmal ein bisschen überlegen, ob wir es wirklich machen wollen. Also mit dem Kontrabass, vergiss es, echt. Also ich gehe zum Sushi Ninja, will jemand anders? Ja, ich habe Hunger. Ja, zwei Pferd, bitte. Ich hasse schnell dich. Ja, als wir von der Shownothilfe uns dem Format TV Total angenommen haben, haben wir direkt gewusst, das wird keine, das wird keine einfache Aufgabe. Wir wussten nicht, dass es das so gibt. Die haben 2000 Sendungen Erfahrung, machen das seit 20 Jahren, aber dass es dann so leicht ging, hat mich dann doch schon gewundert. Ja gut. Ich habe mit Jan gesprochen und er meinte, wir müssen denen helfen, die brauchen Inhalte. Und ja, dann kam die Idee, als ich beim Chinesen Essen war. Man muss ihn bei der Produzenten-Ehre packen. Wenn Chinesen was klauen, ist das eine Nummer, wo man als Produzent Geld verliert. Normalerweise würde man sagen, da fragt man an, ja, und dürfen wir das, ja, und im Zweifel, was kostet das denn, wenn wir das dürfen?